Wir befinden uns hier in einem von unseren großen Lernstudios. Neben dem fundierten Unterricht, der Sie umfassend auf die Prüfung vor der Handelskammer vorbereitet, ist es uns wichtig, dass wir uns hier auf Auge begegnen. Die fast zehn Monate Theoriezeit in unserem Haus teilen sich auf im Fachunterricht bei den Dozenten und individuell begleitetes Selbstlernen an unserer Lernplattform. Die Anforderungen an ihre digitalen Kompetenzen haben sich unheimlich gewandelt in den letzten Jahren. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir eine Mischung anbieten aus einem sehr praxisorientierten Frontalunterricht, aber auch Sie die Möglichkeit haben, in Ihren eigenen Lernschritten und im eigenen Lerntempo sich den Aufgaben zu stellen und sich mit Ihnen vertraut zu machen. Dafür bieten wir Ihnen zeitlich und räumlich einen großen Freiraum. Wir haben viele Lernstudios, in denen ein selbstständiges Arbeiten möglich ist, aber wir als Fachdozenten selbstverständlich im Hintergrund immer ansprechbar sind. Wir haben ein sehr umfangreiches Angebot für E-Learning-Tools, die Sie dabei unterstützen, selbstgesteuert zu lernen. Hier ist von Vorteil, dass ich seit vielen Jahren bei der Handelskammer Hamburg als Prüferin tätig bin und somit auch weiß, wie der Prüfungsablauf ist, welche Inhalte geprüft werden und kann so natürlich auch zielgerichtet mit jedem Umschüler einzeln auch eine Prüfungsvorbereitung durchführen. Über 80 Prozent unserer Umschüler bestehen die Prüfung vor der Handelskammer und auch in etwa so viele haben bereits zu dem Zeitpunkt einen Arbeitsvertrag in Aussicht. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen. 2 1